Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von CrossCode. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, was wir noch machen müssen. Sprich mit den Besatzungsmitgliedern auf dem Deck. Na, dann machen wir das mal. Auf dem Deck müsst ihr ja hier sein. Ne, das ist die Brücke. Okay. Dann gucken wir mal, wie wir auf das Deck kommen. Ah, hier. So. Dann schauen wir mal. Hi. Danke fürs Kommen, Fräulein Aiva. Äh, Lea. Hallo. Der Pseudoroboter ist tatsächlich wieder zurück. Hm. Hör bitte auf, sie so zu nennen, ja? Sie ist eine reelle Person mit einem Namen. Ja. Lea. Also dann, Lea. Mein Kollege und ich haben darüber diskutiert, wie gut Instanz Materie basierende... ...basierte Avatar Wasser vertragen können. Meines Wissens nach evaporiert Instanz Materie einfach bei Kontakt mit Wasser. Deswegen können Avatare auch nicht schwimmen, da das für diese Technologie nicht notwendig ist. Er behauptet aber, dass sie eine bestimmte Menge Wasser vertragen können. Genau. Es ist leer, nämlich gar nicht... Ähm... Es hat leer, nämlich gar nichts ausgemacht, als das letzte Mal geregnet hat. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Naja, ein bisschen Regen vielleicht, ja. Aber schauen wir mal, wie sie auf größere Mengen Wasser reagiert. Wie? Ganz einfach. Stell dich bitte kurz hier hin. Warum? Keine Sorge, wirst schon sehen. Alles klar. Wir sind soweit. Hi. Tut mir leid, sie haben mich überredet. Warum? Entschuldigung, Lea. Aber siehst du, sie ist nicht evaporiert. Hm. Hm, das habe ich nicht erwartet. Muss ich zugeben. Das war allerdings nur der kleine Eimer. Lass uns denn noch den etwas größeren ausprobieren. Hä? B-b-bitte doch einmal. Tu es für die Wissenschaft. Alles klar. Zweiter Eimer. Hm? Ha! Siehst du, das war zu viel. Ja, du hast recht. Es könnte aber auch einfach eine wohlwollene Sicherheitsmaßnahme sein, für den Fall, dass ein Avatar tatsächlich einmal ins Wasser springt. Vielleicht halten sie potenziell noch größere Mengen stand. Das könnte sein. Aber das können wir jetzt nicht testen, oder? Stimmt. Jedenfalls trifft meine Annahme zu, dass Instant Materia Avatare für ernsthafte Anwendungen zu fragil sind. Naja, nicht alle Anwendungen setzen eine hohe Wasserresistenz voraus. Wenn es nur das wäre, hast du je versucht, sie hochzuheben? W-was? Das würde ich nie wagen. Das habe ich mir schon gedacht. Deshalb habe ich jemanden eingelernt, der uns hierbei helfen soll. Hey, Isabel. Könntest du mal kurz hier rüberkommen? Hallo. Hi. Oh, wer ist das? Lea. Hi, Lea. Ich mag deine Hörner. Oh. Ja, sie ist heute auch auf dem Schiff zu Gast. Also, warum hast du sie hergerufen? Um dir zu beweisen, wie lächerlich leicht Instant Materia ist. Isabel, wärst du so freundlich und hebst die junge Dame einmal hoch für uns? Hä? Kann ich das denn? Klar kannst du das. Zeig uns, wie stark du bist. Okay. Hä? Boah. Lea ist voll leicht. W-warte. Oh, Mann. Das wusste ich nicht. Ein Avatar sollte im Schnitt nicht mehr als 5 bis 10 Kilo wiegen. Instant Materia ist extrem leicht und fragil. Das ist die Kerl-Seite der kurzen Entwicklungszeit. Lea. Hi, Lea. Warte bei. Warum? Lea wird langsam schwer. Ist schon gut. Du kannst sie wieder runterlassen. Ich will sie werfen. W-w-w-warte. Klar, zeig uns, was du in den Schläuchen hast. Und los. Abgefahren. Wie? Nochmal. Warte. Verstehst du nun? Extrem leicht niedrige Wasserresistenz und glaub mir, eine richtige Kollision und sie bricht zusammen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Trotzdem gibt es für Instant Materie doch auch Anwendungsgebiete außerhalb von Spielen. Warte. Warum? Warum? Natürlich gibt es die. Sie wird aber niemals die gute alte Maschine oder das Baugewerbe ersetzen können. Du kannst kein Haus aus Instant Materie bauen und erwarten, darin leben zu können. Das würde einfach zusammenbrechen. Hahaha, nochmal, warte. Für Crossroads funktioniert es deshalb, weil der Spielplatz ausschließlich auf Instant Materie oder virtuell basiert. Es ist wie ein Vergnügungspark aus Styropor. Verstehe. Ah, du hast gewonnen. Lea, du rennst wirklich schnell. Oh, also entweder ist Leas Spieler in Topform oder Avatare sind nicht an die Ausdauer des Spielers gebunden. Letzteres. Du kannst so lange rennen, wie du willst, ohne müde zu werden. Auf jeden Fall danke, dass Sie mitgemacht haben, Lea. Und entschuldigen Sie nochmal das ganze Wasser und rumwerfen. Na, bitte seien Sie nicht böse auf mich. Ich wollte Ihnen doch nur zeigen, wie hammermäßig Avatare sind. Na, das war ja mal ein Schuss in den Ofen. Hm. Ist es wirklich so schlimm für Sie? Nein. Gut, jetzt bin ich erleichtert. Das hat Spaß gemacht. Ich will Lea nochmal werfen. Äh. Na komm, gönn ihr eine kleine Pause, okay? Och, Menno. Na gut, bis später. Hey, Lea. Ich sehe, du hast Spaß mit der Besatzung. Puh. Ich werde bald ein paar Dinge vorbereiten, um dich wieder auf den Spielplatz zu bringen. Das wird allerdings eine Weile dauern. Es wäre wahrscheinlich ratsam, dich in der Zwischenzeit auszulocken. Bevor wir das allerdings tun, sollten wir noch über eine Sache reden. Seitdem du nun die Wahrheit über dich weißt, wirst du dich wahrscheinlich ziemlich verunsichert, richtig? Besonders, was denn die Zukunft betrifft. Ich möchte keine falschen Hoffnungen in dir wecken. Deine derzeitige Situation ist problematisch. Der einzige Ort, in dem Ebo-Tara existieren können, ist innerhalb von Crosswords. Unerlaubterweise. Und das auch nur so lange, wie wir es vor Instatement geheim halten können. Das sollten wir ändern, Lea. Das ist unser Ziel. Wir schaffen eine Umgebung, in der Ebo-Tara existieren können. Eine, in der du deine Identität nicht verheimlichen musst. Oh, guck sie dir an. Satoshi, er hat immer von solch einer Umgebung geträumt. Auch später noch. Ihn zu finden, ist der erste Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel. Mit seiner Hilfe könnten wir es schaffen. Also dann, sollen wir für heute Schluss machen? Ja. Gut. Na dann, guten Nacht, Lea. Bye. Oh, das wäre ja ein Träumchen. Ein Ort, wo Lea leben kann. Gottem, warum ist das passiert? Sie hatte Verstärkung. Jemand hat eingegriffen. Sich in Environment-Zauber gehackt. Das musste ja passieren. Dabei war das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Genau wie beim Frachtschiff damals. Gottem, du musst aufhören, damit herumzuspielen. Verstanden. Kümmere dich erst einmal wieder um das Verhör. Wir sind nämlich im Rückstand. Na toll. Jetzt träumen wir schon von meiner Wohnung. War ja klar. Los, lass uns abhauen. Lea. Lea. Los, verschwinde. Es hat keinen Sinn, auf mich zu warten. Kapitel 7. Vervollständigt. Guten Morgen, Lea. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Irgendwelche neue Erinnerungen? Nein. Verstehe. Nun denn, die Vorbereitungen für deine Rückkehr zum Spielplatz sind alle abgeschlossen. Wir müssen das Schiff über den Teleporter im Frachtraum verlassen. Der, an dem wir gestartet sind. Erinnerst du dich? Ja. Carla wartet dort auf dich. Außerdem habe ich auch ein paar Vorbereitungen auf meiner Seite getroffen. Wie? Nun ja, ich bin wieder umgezogen. Hä? Warum? Nur um sicherzugehen, dass mich niemand lokalisieren kann. Das habe ich schon mal gemacht, nachdem du den Fairo-Tempel erledigt hattest. Deswegen mussten wir für eine Weile offline bleiben. Erinnerst du dich? Hä? Jetzt, da wir aus der Einöle raus sind, sollte die Gefahr halbwegs gebannt sein. Andererseits müssen sie über Mittel verfügen, unsere Spuren auf dem Spielplatz zu verfolgen. Sonst hätten sie uns nicht einfach so aus dem Ride ziehen können. Ich frage mich immer noch, wie sie das geschafft haben. Vielleicht können sie unsere Spuren auf dem Spielserver verfolgen. Oder vielleicht etwas ganz Simples. Wie zum Beispiel, dass uns jemand im Spiel beobachtet. Naja. Das sind jetzt alles nur Mutmaßungen. Mein Gott. Wir sollten aber aufmerksam sein und unsere Umgebung im Auge behalten. In Ordnung. Also dann, auf zum Teleporter. Na dann gehen wir doch, weil ich glaube, hier ist nichts mehr für uns. Kommen wir hier hoch? Oh nein. Wir haben das Schiff ja eigentlich schon gesäubert, wo wir das Spiel gestartet haben. Moment, Moment. Nein, Moment. Lass mich dir eine kleine Abkürzung bauen. Sie bringt dich direkt zum Teleporter, da wo Karl auf dich wartet. Wie? Oh. Ja, du meinst wahrscheinlich, dass das sehr hilfreich gewesen wäre, als wir hier auf der Flucht waren. Korrekt? Zu der Zeit hatte ich das Programm zum Bau solcher Abkürzungen noch nicht fertig. Überraschung. Es ist mir gelungen, einen richtigen Wegpunkt ins Frachtschiff zu integrieren. Von nun an kannst du dich also nach beliebendem Frachtraum teleportieren. Oh. Achte aber bitte darauf, dass du keine anderen Spieler mitnimmst. Du bist der einzige Spieler, der diesen Ort betreten kann. Hey, Liebes. Hi. Siehst aus, als hättest du gut geschlafen. Ich nehme mal an, dass Sergio dir nun alles erzählt hat. Oh, doch. Zeit, wirklich. Nur damit du es weißt, du hast unsere vollste Unterstützung. Wann immer du eine Pause für den Spielplatz brauchst, komm einfach vorbei. Na dann, zurück mit dir und all den anderen Spielern. Stell dich bitte in die Mitte des Teleporters. Kann losgehen. Viel Glück da draußen, Liebes. Bye. Oh, wir kommen endlich wieder zurück. Ich hab's schon vermisst. Juhu. Da wären wir. Du solltest nun wieder alle Wegpunkte innerhalb des Spielplatzes benutzen können. Der Direktlink sollte auch wieder funktionieren. Das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, deinen Freunden einmal Hallo zu sagen, findest du nicht? Wir waren schließlich eine ganze Weile verschwunden. Hi. Bonjour. Hä? So, so. Plötzlich bist du wieder da, ja? Wie lange war das jetzt? Eine Woche? Hui. Sprachlos wie immer. Komm ins Hauptquartier. Ich will mit dir unter vier Augen reden. Oh, oh. Oh, sie schien verärgert. Warum? Nun ja, du bist mitten im Red einfach verschwunden. Erinnerst du dich? Es ist wohl besser, wenn du gleich zu ihr gehst. Oder wir können doch nicht. Wenn die uns da einfach so rausziehen. Wir sind unschuldig. Anlass eine Höhle. Ausblick. Bin ich überhaupt richtig? Nee. Bergentrail. Oh, hier gibt es auch noch einen Haufen Kisten, die wir noch suchen müssen. Ei, hier aber auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Länderfahrt. Erst Gelehrte. Doch, hier müssen wir hin. Oh, hier rüber, oder? Ja, hier ist das Hohkortier. Genau. Hi. Bonjour. Also, was ist passiert? Alles, was ich weiß, ist, dass du mitten im Red einfach gegangen bist. Wir mussten die ganze Sache abbrechen und wir hatten so einen guten Run. Du hast dich eine ganze Woche nicht blicken lassen. Naja. Das heißt, dein Status war immer noch online, aber ich konnte dich nicht kontaktieren. Warum? Das frage ich dich. Einer brachte mich auf die Idee, dass du uns geblockt haben könntest. Hä? Nein. Was war es dann? Los, sag es mir. Wie? Was weiß ich? Einfach. Irgendwie. Es gibt so vieles, was ich über dich nicht weiß. Und ich kann dich nicht mal danach fragen. Das ist so frustrierend. Los, dann bleibt nur eins. Dich mit Fragen löchern. Warum hast du den Red verlassen? War das ein Bug? Nein. Was dann? Hast du ihn absichtlich abgebrochen? Was bleibt denn dann noch übrig? Hollerö. Lea. Du bist wieder da. Oui. Sie ist heute einfach plötzlich wieder aufgekreuzt. Ich versuche es gerade herauszufinden, was genau passiert ist. Tja, das wird wohl eine harte Nuss bei ihr Sprachlimitierung. Ich weiß. Ich löchere sie einfach mit Fragen, bis ich Bescheid weiß. Das riecht nach Ärger. Lea, wo gehst du hin? Äh, 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 Lea? Was? Was? Ist alles in Ordnung? Was machst du da? Was ist mit dir passiert, nachdem du den Red verlassen hast? Hä? Warum? Sacker blö! Was ist los mit dir? Warum? Wie? Okay, okay. W-was war das denn? Das kam jetzt aber wie aus heiterem Himmel. Ich weiß es nicht. Ist sie jetzt verrückt geworden, oder was? Oh, Leute, wenn ihr wüsstet, was mit Lea war. Eingeschalten legendärer Gelehrter. Ach, Lea. Lea, dieser Lukas erinnert sich nicht mehr an das, was passiert ist, korrekt? Warum? Ich habe sowas schon befürchtet. Tut mir leid, darüber hatte ich mit dir reden sollen. Der Lukas, den du in der Familien-Einöde getroffen hast, war sehr wahrscheinlich auch ein Evotar. Hä? Ich fürchte, dass auch all die anderen Spiele, die wir dort gesehen haben, Evotare waren. Willst du nicht zu ihnen zurück? Stehe. Eine vertragte Situation. Ich bin mir aber sicher, dass sie dir immer noch wohlgesonnen sind. Vielleicht braucht es etwas Zeit. Ihr werdet euch bestimmt bald wieder versöhnen. Vielleicht sollten wir als nächstes zu Gaiers Garten gehen. Da ist das nächste größere Gebiet, das auf unserem Weg liegt. Wir sollten doch zum Saphir-Kraut, korrekt? Ich sollte dein Vakular wirklich noch etwas erweitern. Das wird nicht leicht, aber ich weiß ein paar Worte, die dir in solchen Situationen helfen können. Ich kümmere mich darum, während du Gaiers Garten durchquerst. In Ordnung? Juhu! Wir können wieder loslegen! Und weiter geht's! So, na dann wollen wir doch mal in Gaiers Garten. Achso. Ähm. Wo war denn das? War das hier drüben? Der Melien-Einwöde. Nee. Aber ich finde es interessant, dass wir da auch hin können. Genau. Ein Ausgang, der zu Gaiers Garten führt. Na dann, Freunde, auf in Gaiers Garten. Oh, ist das schön hier. So. Da wären wir. Gaiers Garten. Hier treffen wir auch viele neue Gegnertypen. Witzigerweise aber keine Käfer. Hä? Du siehst, Emily wird hier wahrscheinlich ganz gut allein zurechtkommen. Oh, tut mir leid. Das hätte ich nicht sagen sollen. Hä? Kleines Fettnäpfchen. So. Flatterspalter. Familienmantel. So einen haben wir doch, oder? So einen haben wir gefunden. Ja. Cool. Aber Flatterspalter, das klingt natürlich interessant. Ah, da brauchen wir statisches Knäuel. Aber hebt den Angriff ganz schön. Also wir müssen auf jeden Fall ein statisches Knäuel finden. Also, sollen wir los durch den Dschungel? Ich weiß nicht. Mir ist gerade nicht danach. Ist alles in Ordnung? Keine Ahnung. Vielleicht haben wir einfach nur etwas zu lange gespielt. Oh ja, das kenne ich. Das kenne ich. Oder wer kennt es nicht? Wenn du dich zu lange auf ein Spiel konzentrierst, vergeht es dir irgendwann. Blauhariger Spiromancer. Och nee. Endlich treffen wir uns wieder. Lea. Richtig. Das bedeutet, dass wir jetzt beide im Besitz des Kälte- und Hitze-Elements sind. Mit anderen Worten, die Zeit ist reif dafür. Spiromancer Lea, ich fordere dich zu unserem dritten Duell heraus. Nimmst du an? Hm. Nimmst du... Ähm. Ich meine... Ausgezeichnet. Ich werde dort drüben auf dem freien Platz auf dich warten. Der Typ schon wieder. Jetzt sag nicht, dass er die ganze Zeit da oben im Baum auf dich gelauert hat. Wahrscheinlich schon. Hey! Vergiss nicht unser Duell! Nein! Boah! Ich will jetzt nicht gegen dich kämpfen. Ähm. Ich würd gern erst ein bisschen Vorbereitungen treffen wollen. Oder ein paar Vorbereitungen treffen wollen. So rum. Das ergibt einen Satz, oder? Ja. Zum Beispiel... Hätt ich echt gerne... Diese Waffe. Dass unser Angriff ein bisschen gehoben wird. Boah, der lässt mich einfach nicht weg. Furchtbarer Typ, ey. Vergiss unser Duell nicht. Ja, das weiß ich doch. Und hier kann ich sowas nicht kaufen? Wo kann ich denn sowas herkriegen? Eine wirklich weiche Ball nahe der kritischen Masse. Hm. Den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Den haben wir. Aber den hätte ich halt gern. Okay. Wie sieht's hier aus mit Speichern? Speichern. Denn wir wollen ja nicht gegen den jungen Mann verlieren. Ich sehe, du hast dich vorbereitet. Bist du bereit für das Duell? Ja, ja. Also dann, fangen wir an. Hey. Oh, ich sehe schon. Du bist wieder mit deinem Mädchen beschäftigt. Jörn, du kommst genau richtig für eine glorreiche Darbietung zweier Spiromancer. Wir sind gerade dabei, unser drittes Duell auszutragen. Na, großartig. Ich dachte, wir wollten heute Gaias Garn erkunden. Ja, gleich nach dem Duell. Wird nicht lange dauern. Wenn's sein muss, dann mach ich mal den Cheerleader an der Seitenlinie. Ach, übrigens Lea. Ganz allein heute. Hm. Verstehe. Also dann, lasst uns anfangen. PvP-Kampf aktivieren! Hm. Oh, Leas Kampfbreit. Heute kreuzen sich unsere Wege zum dritten Mal. Bei da haben wir die Elemente Hitze und Kälte erlangt. Es ist also wieder an der Zeit für mich, Apollo, dich auf den rechten Weg zu führen. Den Weg eines wahren Spiromancers. Den Weg der Gerechtigkeit. Lass das Duell beginnen. Boah, ist ja jetzt gut hier. Nein! Oh, und das war's. War das schon alles? Ja, halt doch mal die Klappe, ey. Alter, wie viel aber auch bitte. Boah, 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 boah. Na klar, ist klar, oder? Ja, der kann da durchgreifen. Alter, das kotzt mich an der Typ, ey. Ja, wie viel denn noch? Oh, okay. Oh, okay. Der war gut, der war gut, aber... Das ist halt trotzdem nicht ohne hier. Oh, 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 oh. Oh, ist der doof. Ist der dämlich. Ist der doof. Huhu, huhu, huhu. Brauchen wir noch einmal gewinnen. Oh Gott. Verdammt, 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 verdammt. Nein, 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 nein. Ah! Oh, okay, okay, okay. Jetzt wird's knapp. Ja, wie viel, Alter. Ja, ja, ist... Entschuldige diese ganzen Alters... Verzeihung. Oh, Hilfe. Hey, Lea, ist alles in Ordnung mit dir? Ja, du bist heute ganz allein und machst jetzt nicht den glücklichsten Eindruck auf mich. Hm. Sie redet wirklich nicht viel, oder? Ja, sie ist recht schüchtern. Ist das wirklich alles? Lea, kannst du einmal Apollo für mich sagen? Du kannst es nicht, oder? Was? Hast du Probleme mit deinem Sprachmodul? Die ganze Zeit schon? Wie kann sowas heutzutage noch passieren? Das arme Ding. Also, folgender Vorschlag, Lea. Da du ganz allein bist, möchtest du mit uns zusammen den Dschungel erkunden? Hä? Was? Warum? Was soll das heißen, John? Pauli, zieh... Sie... Sieh sie dir an. Sie zieht wirklich... Äh... Mann, sie... Sieht wirklich deprimiert aus. Ganz einsam und verlassen. Tut sie dir nicht leid? Naja, irgendwie schon. Wenn es für dich in Ordnung ist, John, machen wir... Macht mir das nichts aus. Na bitte. Was sagst du, Lea? Wollen wir uns zusammentun? Okay. Gut. Dann lass uns eine Party erstellen. John tritt deiner Party bei. Apollo tritt deiner Party bei. Was machen wir... Was machen wir hier eigentlich gerade? Solltest du nicht glücklich sein? Wir haben jetzt eine Party mit zwei Spiromancer. Richtig. Jetzt, wo du es sagst? Zwei Spiromancer und ein Quadroquart. Eine richtig noble Party. Doch, doch. Na siehst du. Also, was steht als nächstes an? Mal sehen. Unser noble Truppe hat soeben die Gefilde von Neuerskaden getreten. Richtig. Was sollte es anderes zu tun geben, als die in dieser Wildnis versteckte Siedlung zu suchen? Burg Barsehen! Die emporragende Festung des Dschungels. Unser nächstes Ziel. Verstehe. Auf geht's, Lea. Mhm. Und das, meine Freunde, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wurde mich freuen. Seid ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch was. Bye, bye.